Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrella's geheime Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Was zum Teufel? Pass auf! Gott weiß, was hier unten ist. Das ist ja nehmt! Schon wieder? Es ist nicht zu spät, umzukehren, Leon. Keine Chance. Du hast mich bis zum Schluss am Hals. Ah. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Scheiße! Leon! Schnell raus da! Verdammte Scheiße! Schnell raus! Schnell raus! Kau da dran, du übergroßer Mistkerl. Leon, hier oben. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an... Wem? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war. Annette ist viel gefährlicher. Zweifelsohne Williams Werk. Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Sie kriegen das G-Virus nie! Wie überraschend für eine Forscherin. Leon. Kümmer dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ich bin direkt vor der Einrichtung. Und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Zeit für die Spezialwaffe. Zeit für die Spezialwaffe. Nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Wolle Sie sie nicht. Wolle Sie sind. Wolle Sie auch nicht. Was ist das? Oh, oh, oh. Jetzt hab ich sie. Die mal gut im Weglaufen, Annette. Das musst du mir lassen. Das ist eine Verkaufung. Das ist eine Verkaufung. Ugh! Ugh! Bravo! Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Bin ich als einzige dahinter her. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Das Miststück weiß, was sie tut. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir. Ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Gene. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hol ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Scheiße! AHHHHht?! Ahhhh! Ahhhh... Ach! Ahhhh! 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 Wie icipläne! Wo ist Leon, wenn ich ihn brauche? Oh mein Gott. Ada. Ada? Verdammt. Ada? Wo bist du? Ada? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, Scheiße. 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 Ja! Großartig. Scheiße. Was zum Teufel? Eine Standseilbahn. Interessant. Wo ist sie denn hin? Geht. 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 Hört sich gar nicht gut an. Komm schon. Ada. Ich komme, Ada. Bitte. Bitte aufhören. Bitte aufhören. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak. Du ihm nicht weh, du ihm nicht weh. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Ich bin nicht weh. 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 Was ist das? Das war's für heute. Oh, come on. 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 Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. 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 Aida. Das war's für heute. Es?".